Danke. Oh mein Gott. Das ist das Beste. Ich hab jetzt übrigens wieder mein Classics-Kind, okay? Bei der Arbeit bleib ich jetzt auf. Meinst du Gurke? Ja. Nee, das ist Morgi nicht. Wo geht's hier runter? Oh. Runder. Na, halt. Wow! Ich hab hier ne Gurke. Ja, das bin ich. Äh, warte. Ich korrigiere und ich verbessere. Ich hab hier ne Gurke. Mit Tennissocken. Oh krass. Okay. Das ändert alles. Das ist von Nicolas Cage. Hallo? Okay. Das ist Pickles Cage, heißt der Skin. Oh. Hi. Hi. Oh, Bu sieht wieder wie aus wie Bu. Also ich mein, also nein, also ich mein Ass. Ach, ich geh. Das ist Nicolas Cage. Ich hör das nicht in den Markt. Ja. Warum geh ich in mein Häuser, obwohl ich das nicht will? Wieso läufst du mir nach? Ich will draußen Party machen. Ah. Guten Tag. Oh, warte. Äh, ich hab hier die Waffe gekauft. Oh shit, mein Coda ist leer. Ach so. Oh. Ah, okay, gut. Danke, war ein gutes Tauschgeschäft. Ich verfiß mich dann. Oh nein! Da ist grad wer im Wasser gestorben. Irgendwie ist grad im Wasser gestorben. Ich weiß nicht wer, aber ich will mal auf Slay tippen demnach, dass sie gerade lag. Tja, wer ist wohl im Wasser gestorben? Das ist ein richtiges Labyrinth hier, kann das sein? Hallo Steinmagen. Hallo Piccolos. Kann man hier rein für den Stuhl springen? Nein. Ich kann nicht über die Grabsteine. Achtung, Blasmagganate. AHHHHH! Gehen wir jetzt nach ganz oben? Ich will nur den... Hab ich ihn? Ne, du hast ihn aufgehoben. Uhhh. Sind wir schon ganz oben? Sind wir schon ganz oben? Ja, das ist ganz oben. Wahey. Such ein Christ. Party! Auf dem Tisch! Ja, 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 ja! Ich verborg dich aber mal, damit ich nicht wieder so aussehe, als wäre ich Traitern. Dann werde ich erschossen. Redest schon wieder, wie sind Traitern. Das kommt mir jetzt aber schon ein bisschen komisch vor. Warte, ich suche nur ne Shotgun. Ja, ist sie! Ja, okay, ich hau da mal ab, ja. Gut. Na verdammt. Na verdammt. Also wenn ich gleich tot bin, dann weiß ich nicht mal wer es war, weil ich nicht so geguckt habe wer es war. Dann warst du Christ. Ja. Ja. Ohne Scheiß, ne. Nicht wirklich ne Shotgun. Ich bin Traitern. Ich will noch mal anmerken, ne, Shotgun für Nacka. Seht ihr jetzt mal wie süß. Hii. Da ist ja alle schon tot. Sein Traitiger. Steinmagen such dir so. Steinmagen. Hey! Was macht ihr da hinten? dein mag war traiter habe ich gut gemacht wer lebt noch was war das gerade ich war hinter die im tor und du bist so zu werden so ganz ruhig weiß ich nicht nur weil jemand rumsteht ist das kein beweis dass er traiter ist aber ich hatte ja nicht aber ich kenne ihn ja schon etwas lecker ich fühle es du kannst gleich noch was anderes von mir fühlen verdammt verdammt was wolltest du sagen i'd like to go out taking a shot oh hallo ich bin aufsicht wenn auch schlecht aber ich bin aufsicht annawander die kurke hey ich hab die statoren geschossen da ist wolkenau warum komm ich hier nicht raus hallo ich bin hier raus ich verstehe das mit treppensysteme nicht so ganz falsche seite da rum geht's raus oh jetzt bin ich jetzt bin ich wanders ne das wollte ich nicht ich will hier raus nein 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 ich bin hier mit rayon und spezi die tun mir gleich was weil ich das hier rauskam das war mal wir zwei männer allein das schlacht mir nast so okay wo geht das hier raus dann werde ich rum führen just an and 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 room tour ja also hier sieht man einen weißen boden mit grauen wänden auf der schwarze decke also das ist stiltechnisch spezi ist an och ne noch nein schenk mir spezi fest hat der toi komm an ja das war ich mit einem jetpack und dem platz der platz machte zwar übrigens dafür dass man keinen falsch haben bekommt und beim aufkommen der explosion macht und wenn man den kombiniert mit dem mit dem jetpack einsitzt ich hab auch eine shotgun bin ich jetzt auch traiter steinwagen hinter dir ich habe einen shotgun bin ich ein traiter das ist ein feind nee das laugst zu langsam warte kannst du dich hier mal ducken und ich will da auch springen warte ich hab neues lied angemacht ist unfair okay okay es geht los was haben wir jetzt land ist vorstet mit ironik ich wusste dass irgendjemand positiv darauf reagiert ich danke dir dass du es die leute schießen die eine shotgun haben keine keine shotgun zu haben ist beweis genug Tschau. Jemand hat geschossen. Ich hatte schon ne Shotgun. Ist das so? Ich hatte schon ne Shotgun. Dein Magen? Jetzt hab ich ne Näcke frei. Hi. Gehst du da rein? Hi. Geht's dir so? Alles gut? Äh. Äh. Was war das denn? Ich hab schließlich gesehen, das war da raus. Ich bin nur an dir vorbeigelaufen. Ah ja. Okay. Egal. Wo, 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 wo. Wer war das? Wer war das? Ich seh die Kurke auf nem Dach. Was machst du da oben? Wie kommt man da überhaupt rauf? Ich zeig dir wie. Man springt hier hoch. Und dann hier hoch. Ja, das geht aber auch so. Ja. Oder du hast wieder nen Jetpack. Alter. Nee, du kannst einfach hier über den Schild hochkriegen. Sonnig ist ja auch hier oben. Don't you think? Nee, ich krieg das nicht hin. Die Lastgeschichte. Ich geh hier in das Haus schmollen. Oh, da ist der Rayon in den Markt gegangen. Ich weiß nicht. Ich möchte auch. An sich find ich die Kurke gut, aber irgendwie dann doch nicht. Ich weiß nicht. Wenn du was kaufst, hier bei mir zahlen. Was? Was soll ich zahlen? Hier hinter den Kürstchen. Hallo. Ich möchte jetzt auch da hoch. Ich versuch's jetzt nochmal. Also einer von euch dreien ist es dann wohl. Oder zwei. Wahrscheinlich, ja. Blum. Ja, ich weiß. Ich bin eine unheimlich intelligenterin. Oh shit, Sarah. Du bist richtig krass dabei heute. Komm doch nicht mal hoch, ey. Oh, jetzt ist Rayon bei mir. Ich hab keine Shotgun. Ich bin im Center. Rayon ist zu süß, um zu verdächtigen. Aber trotz allem. Oh Gott. Das ist nur ne Fassade. Merkt ihr das? Aber ich hab keine Shotgun. Traffic. Jam. Okay, ich hab nen Dreadhorn gebracht. Was? Was hast du gemacht? Hey! Warum ist Sarah tot? Ach Leute! Was ist da gerade explodet? Das war Granate! Nee, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Ich denke. Wer lebt denn jetzt noch? Bin ich schon wieder alleine mit dem Traitor? Hm? Na toll ist das. Ich bin nicht alleine mit dem Traitor. Okay, wer hat die Lok gerufen? Das war die Gurke. Die Tote. Das passt musikalisch nicht zu Alanis Morissette. Ich wollte das immer angemerkt haben. Aber ist okay, ist okay. Das ist ne musikalische Ergänzung. Das ist schön, das gefällt mir. Okay, jetzt geh weg. Das ist ein zusätzlicher Beat. Ja. Das ist der Drop. Okay, okay. Hab ich schon erwähnt, dass ich mich auf der Map mit so Sonne nicht gut auskenne. Aber ist okay, damit komme ich klar. Natürlich. Ja, ja. Ich geh einfach mal ein bisschen förder liefen. Jetzt ist der Dreadhorn noch zu Ende. Na toll. Natürlich doof. War still. Der komplette Flow im Eimer. In der Hoffnung, jetzt kommt jetzt was nettes und kein... Naja, wir wollen jetzt nichts unnettes sagen. Wir können ja kuscheln. Ja, ja. Wir können kuscheln. Aber dann kommt das Lied an. Warte, Moment. Ich check ganz schnell die Lage. Warte, ich mach ganz schnell. Ich mach ganz schnell. Warte, hier. Ah, scheiße. Ich hab jetzt Red Hot Chili Peppers angemacht. Da dringend hoch. Es geht auf. Es geht immer. Was hab ich denn jetzt? Äh, das ist California Dreaming. Okay, okay. Ist ein bisschen chilliger. Okay. Mach mal chillige Musik hier mit chilliger Atmosphäre. Wir haben hier gar keinen Stress hier und so, ne? Ne, ne. Ist alles total cool. Und eine Minute und ich... Puh. Ne, wir chillen auch. Ich geh mal weg. Warum sollte ich euch doch suchen? Euch vor allem. Wir sind schon per Du. Mehr will ich ja gar nicht. Ich geh einfach rein. Natürlich. Auch persönlich heute. Nein. Hier ist so ein Loch, aber ich komm da nicht rein. Das ist okay. Hashtag Leichen. Okay, okay. Geht weiter. Konstruktion. 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 Lass dich dich ablenken. Das war gut. Hashtag Leichen. Auch noch nie so gehört. Aber ist neu. Ist speziell. Ja? Ist okay. Muss offen für Neues sein. Sag schon mal. So. Okay. Ihr konzentriert euch ja noch, ne? War nicht. Okay, alles klar. Da herrscht der Kunstgalerie. Okay, ihr habt noch 17 Sekunden. Das war's für ehrlich. Ich würd dann mal sagen, an dieser Stelle Funk verschwinden können. Wo liegt ihr an? Aber ihr wollt ja gar nicht. Jetzt habt ihr wieder jemanden kaputt gemacht. Toll. Alter. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab... Screenshotten. Schön. So schön. Du hast was verpasst. Oh. Darauf Big City Live. Das wird das Faben. Das ist das Graseste von Nathan. Oh. Oh. Ich hab einfach alle aufgehangen. Oh. Er ist die Gleichgestaltung. Big City Live. Oh. Hey, wer war das? Das war sehr gut. Jetzt hab ich wieder ein Ohrwurm von dir. Äh, von... von dir. Right now, Babylon. Das war's. Also mir wird grade warm. Woran liegt das? Nee, das funktioniert ohne Bass nicht. Sorry. Ja, ich kann nicht zu laut machen, sonst hör ich nix mehr. Ja, macht ja Sinn. Warte. Nee, das klappt nicht. Boah, Chris, du bist echt ein Talent. Nee, das ist zu langsam. Das ist zu langsam. Du solltest echt was draus machen. Nee, warte. Ich bin nicht Christina, ne? Christina, ne? Es sitzt hier neben mir. Ja, das ist wahr. Ich sitz hier neben mir, Chris. Aber der ist nun gar nicht zu männlich wie ich. Ich bin Christina, ne? Hi. Ich hab keine Shotgun. Wer ist das? Hallo Slay. Ach, das hab ich gesehen. Das ist ein Video von dir, ne? Ja. Das ist ein ganzes... eine ganze Lebenend. Eine Eilstellung von ihm. Das ist, ähm... Mama Nummer 5. Okay, okay, okay. Mama Nummer 5. Ich hab mich jetzt für Mama Nummer 5 entschieden. Oh, ja, das ist geil. Okay. Oh, jetzt geht los. Was kann man hier kaufen? Kann man nur heilen. Ich bin hier mit der Hose zuerst schlagen. Glücken sind geil. Oh, nein, nicht den Song. Nein, ich töte dich, wenn du weit versinkst. Nein, ich töte dich, wenn du weit versinkst. Biss! Von deinem Gesicht auf. Er hat geschossen. Er hat geschossen. Ah! Und er hat gesungen. Dann bist du auch Traitor. Er hat mich angeschossen, um 46 HP zu stören. Nein, lass mich. Dieser Song ist auch Körperverletzung. Ich hab auch so den Inno getötet, nur damit das klar ist. Weil er mich erst angeschossen... ...anschießt, nur wegen dem Lied. I play Pokemon Go. Ah, ich möte dich. Oh Gott. Oh. Hallo. Nein, 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 nein. Stemme ich nicht bei Lubega. Oh Gott. Oh, hier liegt einer. Wer war das? Ich. Hier liegt Rayon. Ja, das war ich. Ja, das war ich. Ey, kannst du mich jetzt töten? Nein, nein, nein. Hier liegt Rayon. Ja, ich lieg hier immer noch. Mambo Number Five. Nein, 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 nein. Geh weg. Oh. Scheiße. Wie ist Ray gestorben? Alter, was war das denn? Nein. Alter. Hör auf. Oh Gott. Davey, bist du gestorben? Äh, Spitz, tut mir sehr leid. Ich hab die Kurve genommen. Ich wollte doch nach hinten gucken, damit mich keiner verfolgt. Ich spürst du die Tumore anschwellen? Oh man, dieses blöde Wasser, da geh ich nicht mehr hin. Das war Absicht, Rayon. Da geh ich nicht mehr hin. Das war Absicht. Das war Absicht, Rayon. Man, da tut ja schon weh beim Zukaufen. Ja, genau. Du sagst, ich soll weggehen wegen der Smoke. Ich bin so schlecht. Ich brauche Waffen. Ich brauche Waffen. Ich hab noch keine Waffen. Rayon, schießt auf mich. Das ist völlig random. Ja, Rayon. Ja, Rayon. Völlig steil. Rayon, Rayon, Rayon. Warte nochmal. Ich fährt gerne. Irgendeiner. Warum hab ich dich dann? Hab ich dich dann? Ja. Oh ne, hier ist Wasser. Hier geh ich schon lang. Geh mal davon aus, dass der Christ tot ist? Mambo number 5. Dann, Rayon, wenn du nur ein kleines wenig Schaden hast, dann... Hier ist Steinmagen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß auch, dass du da bist. Ich wollte nur noch darauf aufmerksam machen, dass ich mit dir hier bin. Ja, hallo. Ich bin hinter dir. Pass auf. Damit uns keine Antwort Negatives hinterher sagt. Er ist hinter mir. Hallo? Das ist mir unangenehm. Hallo, wer ist hinter mir? Ich bin nicht hinter dir, sondern hinter das Baby. Oh. Ja. Okay. Hier spielt sie uns, Richard. Sind also alle hier. Ja. Wisst ihr noch? Habt ihr euch gemerkt? Wer ist es? Wer ist es? Ich glaube, ich muss es umändern. Okay, warte mal nur noch. Wer ist es? Das Pferdchen. Mädels. Okay, wir hören jetzt aktuell Coco Jumbo. Ach du Scheiße. Ist das alt. Das ist zu sehr. Oh. Äh. Was ist hier passiert? Ich habe das gerade gesehen. Ich bin hier vorbeigelaufen. Warst du das? Nee, 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 nee. Ich kann ja gerade. Okay. Äh. Chissi wurde straighter gewesen. Okay. Dann. Au, au. Hebe! Oh Gott. Hä? Scheiße. Wer ist es jetzt von euch? Ah, das ist. Also ich bin ganz weit weg. Das könnt ihr jetzt. Chissi ist tot. Bitsi ist es noch. Und da hat jemand eine Granate gekauft. Was? Überlege. Ich bin. Ich war gar nicht da. Ich weiß nicht, was hier... Ich höre Coco Jumbo. Ja, das ist unfair. Musikalisch super unterlegt, aber... Voll die fröhliche Musik, weißt du. Und dann wird sie voll geschlachtet. Oh. Oh, Sarah. Oh Gott, nein. Ich schulde auf sie. Oh, verdammt. Okay. Wer lebt denn noch von den Men... Mensch. Ich hätte schon wieder gelandet. Äh. Wer lebt denn noch von den Menlines? Och, nö. Jetzt sagt der Tartara noch lebt. Spezi? Schleinmang? Die anderen besten Namen, die ich schon dazu ganz kenne. Ja, ja, ja. Coco Jumbo. Ja, ja. Dann ist Sarah. Alter, bist du scheiße. Ja, natürlich. Natürlich ist es. Ja. Wieso ist das denn so scheiße? Bei uns ist der richtig gut. Dann machst du One-Hit. Wieso ist denn der jetzt so scheiße? Ja, du hast ihn nicht getroffen. Deswegen ist das scheiße. Und dann warte, wann macht der One-Hit? Okay. Was nehmen wir denn jetzt? Stargate. Ja. Im Prinzip total egal, solange wir ATC werden. Hatten wir ja noch nie. Neu. So. Nein. Nein. Wir könnten auch Minecraft Lufthops nehmen. Ja. Nein. Ja. Geil. Und einer hat Stargate gesagt, deswegen hast du jetzt für Stargate auch entschieden. Ja, ja, war positiv. Alles klar. Stargate ist nicht geil. Alles klar.